live aus berlin das thema bei anne will erst begrenzen später gar abschaffen nimmt uns der staat das bargeld weg guten abend meine damen und herren herzlich willkommen freut mich dass sie da sind hier live bei uns in berlin der bundesfinanzminister will uns etwas vorschreiben nämlich dass wir teure dinge nicht mehr bar bezahlen dürfen ist das gleichzeitig auch der anfang vom ende des bargelds das vermuten einige zum beispiel dieser mann der fdp-vorsitzende christian lindner für den bargeld gelebte freiheit ist auch ein verteidiger des bargelds der ehemalige bundesfinanzminister ist bei uns theo weigel außerdem da der parlamentarische staatssekretär bundesfinanzministerium michael meister peter fissen ewert rechtsanwalt und antikorruptionsexperte er hält die abschaffung des bargelds für eine sehr gute idee und nancy schneider ist da die geschäftsführerin eines leipziger autohauses die auch weiterhin autos gegen bares verkaufen will herzlich willkommen ihnen allen freut mich vielleicht hat ja wolfgang schäuble unterschätzt wie sehr die deutschen am bargeld hängen empörte bürger und ihr widerstand gegen die barzahlungsgrenze die mehrheit der deutschen ist dagegen auch online finden sich zahlreiche petitionen für bargeld in unbegrenzter höhe die forderung bargeld erhalten keine obergrenze keine abschaffung der grund für die beunruhigung der bundesfinanzminister will barzahlungen begrenzen wir wollen geldwäsche und terrorismusfinanzierung effizienter bekämpfen die idee nur bis 5000 euro sollen barzahlungen erlaubt sein alles was teurer ist dürfte dann nicht mehr in bar bezahlt werden 5000 euro ist viel zu wenig ja ich fühle mich dann ein ein bisschen eingeschränkt was ich kann nicht machen was ich will bargeld auf jeden fall die vormundung haben wir genug das ist mein geld mein hart erarbeitetes geld und da müsste ich auch frei drüber verfügen Herr Lindner wann haben sie zuletzt mal was für sagen wir fünfeinhalbtausend euro gekauft und bar bezahlt das muss ein gebrauchtwagen gewesen sein und ist länger her das macht man nicht jeden tag aber weil ich glaube frau will dass es sich hier um einen einstieg handelt und dass wir heute über 5000 euro debattieren der nordrhein-westfälische spd-finanzminister spricht schon von einer grenze von 1000 bis 2000 vielleicht 3000 euro also insofern geht das immer weiter und irgendwann kommt jemand auf die idee na ja schaffen wir das bargeld doch ganz ab wissen sie man muss doch immer skeptisch sein wenn es plötzlich eine allianz gibt zwischen der geld süchtigen regierung und zwischen großbanken die beide gegen das bargeld wettern ich glaube da kommt irgendwie unser privates eigentum und unsere persönlichkeitssphäre unter die räder herr meister wir haben ihren chef im film gehört wolfgang schäuble der gesagt hat es geht darum terrorismus finanzierung zu bekämpfen geldwäsche zu bekämpfen unterstellen sie eigentlich jedem der eine größere summe im bar auf den tisch legt automatisch dass der sein geld waschen will nein frau will das tun wir nicht wir haben überhaupt kein problem mit bargeld deshalb fordern wir auch keine bargeld abschaffung wir haben auch kein problem damit dass die menschen gar bargeld besitzen wir haben aber gesehen dass in deutschland jedes jahr etwa 100 milliarden euro gewaschen werden geldwäsche stattfindet und gegen diese geldwäsche müssen wir etwas tun weil das ja die folgedelikte sind von anderen dingen rauschgifthandel zigarettenschmuggel deshalb frage ich sie das ob sie das dann jedem unterstellen dass er da mitmacht nein wir unterstellen das nicht jedem sondern wir versuchen eine balance zu finden zwischen den freiheitsrechten der bürger und den sicherheitsbelangen der gesellschaft weil wir sehen das gerade im bereich des terrorismus viele dort in bayern haben ein beispiel gesehen die bayerische finanzverwaltung hat ein dschihadisten netzwerk aufgedeckt die versucht haben dort in bayern terrorismus finanzierung in deutschland zu organisieren und da kann der regierung nicht einfach untätig zu sehen und sagen okay das lassen wir laufen sondern ich bin der meinung wir müssen was dagegen tun dass deutschland ein hort von kriminellen ist deutschland hat als eines der wenigen länder es gibt nur sieben an der zahl in der eu die keine restriktionen bei bargeld transaktionen haben deutschland ist ein extrem starker wirtschaftsstandort und deshalb genau für die menschen die kriminelle machenschaften pflegen ein sehr attraktiver platz und wenn da eine regierung einfach zusieht und kriminalität gewähren lässt dann ist das untätigkeit die ich nicht als bürger akzeptieren würde frau schneider neu für mich aber deutschland ist ein hort von kriminellen in dem sie auch leben und ihr autohaus haben wenn sie ihren meister zuhören sind sie dann jetzt überzeugt sagen nee dann ist aber eigentlich eine gute sache wenn der staat ihnen und uns allen vorschreibt dass sie höhere beträge bitteschön mit karte bezahlen sollen das bin ich definitiv nicht und ich habe auch ehrlich gesagt jetzt aufgehorcht bei dem was sie gesagt haben fakt ist es ist ein einschnitt in unsere freiheit und ich als verbraucher möchte selber entscheiden können mit spazale oder mit karte zahle und ich sehe das ähnlich wie der herr lindner wir werden alle über einen kamm gezogen und es wird davon ausgegangen dass jeder erstmal potenziell kriminell ist und das finde ich schon ja also sehr grenzwertig gegenüber den verbrauchern ich habe natürlich auch gleich als ich das gehört habe als unternehmerin gedacht und habe mir überlegt was heißt das jetzt für mein geschäft für meine kunden ist das überhaupt handelbar in der praxis was bedeutet das denn an aufwand und an mehrkosten gucken wir uns gleich noch mal einen film an wir haben sie besucht in ihrem autohaus und dann werden sie uns das noch genauer erzählen ich behalte mal den gedanken der freiheit auch bei aber auch den von herrn meister herr weigel sie waren bundesfinanzminister sie haben sich auch der bekämpfung der geldwäsche verschrieben und haben da einiges versucht warum sind sie nicht auf diese idee gekommen mit einer barzahlungsobergrenze weil ich der meinung bin bargeld ist etwas ganz wichtiges denn das vertrauen der menschen zum geld und zur währung muss sinnlich erfahrbar sein als wir den euro eingeführt haben am anfang als buchgeld am 1.1.1999 hat das kaum jemand registriert aber zwei jahre später und das war eigentlich schon die einführung des euro aber zwei jahre später als die menschen als die menschen die scheine in der hand hatten die kickstarts bekamen die münzen da wussten sie jetzt ist etwas passiert das heißt es gibt einen sinnlichen bezug auch zum bargeld und ich will ein ganz einfaches beispiel erzählen gestern abend war ich meine heimat in seg in der kirche die war noch voll weil wir einen fabelhaften pfarrer haben und da ging der klingenbeutel rum dann habe ich mir vorgestellt wenn die ziele der eu zum tragen kommen dann geht der küster der messner mit einem messgerät rum und jeder muss dann eingeben wie viel er dann spenden oder opfern will also die vorstellung die jagt mir schon einiges grauen und insofern bin ich schon vorsichtig und da teile ich etwas da teile ich mal die meinung von lindner wenn man mal anfangen also die italiener waren bei 1000 dann sind sie wieder auf 3000 gegangen die dänen sind ganz runter ich habe vertrauen in sie herr meister weil ich sie kenne und ich habe auch vertrauen in ihren finanzminister bin ich nicht um seinen job nur um die niedrigen zinsen die sie im moment haben aber ich weiß ja nicht was nach ihnen kommt also insofern bin ich skeptisch und es gibt einen bundesverfassungsgerichtspräsidenten ein früheren der sogar gesagt hat es gebe ein grundrecht auf bargeld und ich meine das sollte man sich im bundesfinanzministerium und in europa noch mal gut überlegen da sie den klingelbeutel angesprochen haben in ihrer vollbesetzten kirche aber ich habe unter 5000 gegeben ich wollte gerade fragen aber ich möchte ihnen was zeigen herr weigel gucken sie sich das mal an was wir gefunden haben was meinen sie was das ist das ist ein sogenannter kollektomat der steht in etlichen kirchen in schweden bereits und da können sie dann vor der messe während der messe ich weiß nicht wann können sie hingehen und können per kartenzahlung ihr also geld nicht mehr in den klingelbeutel werfen sondern per tastendruck eingehen aber der kirchenbesuch in schweden ist sehr niedrig im verhältnis zu dem im allgäu aber frau will es geht ja geht ja nicht nur um die frage der ich sag mal kosten einer transaktion das ist das was sie angesprochen haben beim gebrauchtwagenkauf oder sie bei der kollekte was beim flohmarkt passiert vielleicht will jemand gar nicht das sichtbar ist dass er etwas in die kollekte geworfen hat vielleicht sorgt jemand sich um seine privatheit und möchte nicht komplett gläsern werden gegenüber dem staat und gegenüber anderen die einsicht haben in seine transaktion und ich finde deshalb bargeld ist eine form von geprägter freiheit die wir uns nicht nehmen lassen dürfen aber lieber vielleicht vielleicht fange ich mal an ich bin weder politiker noch bin ich banker noch unterstelle ich dass wir alle kriminell sind und wir haben ja schon so was wie ein geldwäschegesetz da wo mehr geld fließt als das gesetz zulässt da wird geguckt und auch nur da und wenn sie sagen herr lindner geld ist geprägte freiheit das kommt ja von dostojewski und das war aus einer zeit in der man das war mitte des vorvergangenen jahrhunderts mitte des 19 jahrhunderts in dem man von münzgeld auf scheingeld umstellte und da hat das ganze volk keinem schein vertraut weil die gesagt haben das ist nichts wert dann hatten wir in denen wir hatten schon mal so eine ähnliche sehr leidenschaftliche diskussion um freiheit die allerdings nur zwischen männern und frauen ausgetragen wurde das war mitte der sechziger jahre als man die lohntüten abgeschafft hat da haben die männer mit ihren lohntüten sind freitags in die kneipen gegangen oder oder wohin auch immer und haben dann ihr geld verspielt oder vertrunken und also nicht alle nicht alle aber was die nicht wollten war dass dieses geld dann plötzlich auf ominöse bankkonten eingezahlt wird wo man keine kontrolle hat wo die frau weiß was man verdient und und also das hatten wir alles schon was mich stört an der diskussion und auch an dieser freiheitsdiskussion ich bin auch freiberufler freidenker alles und ich möchte mich auch gern frei bewegen ich mag nicht in einer gefahrenzone leben in der wir jetzt sind in der wir terrorgefahr haben in der wir hören dass ich weiß nicht ob es wirklich 100 milliarden euro geldwäsche im jahr passieren und wir die chance haben durch eine reduzierung von bargeld zunächst von einer reduzierung von bargeld derartige terrorgeschäfte einzudämmen dann erklären sie uns den zusammenhang herr fissen ebert sie haben gesagt sie sind kein politiker sind sind rechtsanwalt sie sind antikorruptionsexperte sie engagieren sich bei transparency international deutschland dann versuchen wir doch mal den zusammenhang aufzudröseln zwischen der terrorismus finanzierung der bekämpfung derselben und der bekämpfung der geldwäsche und etwa dem geschäft von frau schneider warum genau bekämpft es die geldwäsche wenn frau schneider kein auto mehr verkauft das teurer als 5000 euro mehr ist wenn derjenige sei ich will aber nur in bar zahlen das ist relativ einfach wenn ich nicht in bar bezahlen kann muss ich einen anderen weg finden zu bezahlen mir wird das geld ja nicht weggenommen ich habe eine andere möglichkeit eben durch diesen kollektomat oder oder ich überweise das mag sein das mag sein im autohandel dass es zu zu schwierigkeiten kommt ich weiß auch nicht ob man sein auto sieht und gleich mitnimmt für über 5000 euro das kann man sicherlich auch überweisen und sobald ich eine überweisung mache bin ich natürlich zunächst mal nachvollziehbar aber dass das muss natürlich also so naiv bin ich da auch nicht das muss natürlich staatlich reglementiert werden dass es nur dann nachgewiesen ist wenn es summen sind die höher sind als das geldwäsche gesetz erlaubt und ich habe heute wir alle sind ja im zeitalter von google und amazon und was auch immer was ich heute alles gegoogelt habe ohne angst zu haben dass morgen der staatsschutz da steht ich habe geldwäsche gegoogelt ich habe ich habe terrorismus gegoogelt ich habe all diese sachen auch davor habe ich wie gesagt keine angst dass morgen der staatsschutz da steht ich bin mir sicher dass wir datenschutz mäßig da einiges machen müssen dass der bürger geschützt wird aber ich sehe auch einen schutz darin wenn finanzielle transaktionen aus terrorgeschäften wie wir das jetzt in frankreich erlebt haben nachvollziehbar und dann fühle ich mich sicherer aber ist das denn gleichzeitig geplant der meister denken sie an sowas an die datenschutz fragen die dann anstehen also was wir haben sind heute bereits relativ gute möglichkeiten geldwäsche zu entdecken dann wenn das ganze unbar stattfindet das war jetzt nicht meine frage meine frage ja war nein wir haben in dem bahnbereich relativ gute möglichkeiten solche strukturen zu erkennen und unser problem ist dass wenn dann die menschen die terrorismus vorhaben in der finanzierung die geldwäsche vorhaben ausweichen indem sie die großen transaktionen eben nicht dort wo sie leicht entdeckbar sind stattfinden sondern im baren bereich stattfinden da schwindet das entdeckungsrisiko und jetzt muss man schlicht und ergreifend sehen dass viele länder in europa grenzen haben sehr unterschiedliche und deshalb ist unser vorschlag dass wir nicht national in deutschland sondern dass wir in europa zu einem einheitlichen regimen kommen um gemeinsam uns gegen geldwäsche und terrorismus zu wehren und da will ich zu Herrn lindner eine bemerkung machen hier wird absolut die freiheit gesetzt ich möchte in einem land leben wo ich frei leben kann aber auch sicher und deshalb müssen wir nicht das eine allein absolutieren sondern wir müssen schauen dass wir zwischen beiden eine balance haben absolute freiheit ist der wilde westen und absolute sicherheit ist diktatur ich möchte keins von beiden sondern ich möchte eine balance von beiden und deshalb müssen wir was tun gegen kriminalität ohne dass wir dabei die freiheit opfern aber da habe ich noch nicht die antwort ich weiß nicht ob sie sie gehört haben vor schneider warum bei ihnen im geschäft die terrorismus finanzierung auch bekämpft werden soll und daher oder auch die geldwäsche oder haben sie gelegentlich verdachtsfälle wo sie sagen derjenige hat sein geld nicht hart erarbeitet sondern der will mich hier nutzen um mein geld zu waschen also aus der praxis kann ich ja hier erzählen habe ich das bis jetzt noch nicht gehabt natürlich kann ich es nicht nachvollziehen das ist klar also es ist ja dann eine gefühlssache intuitionssache das ist klar aber wir dürfen mal eins nicht vergessen erstens bin ich der meinung als unternehmerin dass es massiv ein einschnitt ist auch für die wirtschaft denn ich darf ich ihnen das mal erklären es geht nicht nur um gebrauchtwagen die komplett bar bezahlt werden es geht hier auch um finanzierungs anzahlungen und die liegen durchaus höher als 5000 euro jetzt habe ich das ganze mal durchgespielt mit meinen kollegen wenn ein kunde kommt und möchte ein auto kaufen oder hat es schon gekauft und möchte es finanzieren er kommt jetzt zur auslieferung und er möchte diese 8000 euro anzahlungen mit karte zahlen also wir empfehlen unseren kunden immer sagen war es okay sie können mit karte zahlen aber denken sie dran sie haben in der regel ein limit sie dürfen an einem tag zwischen 500 und 2000 euro liegt das meistens bei unseren kunden dürfen sie gar nicht so viel bezahlen mit ihrer karte dann gehen die meisten natürlich zu ihrer bank beantragen auch die das limit höher zu setzen das klappt aber in über 50 prozent der fehler nicht das heißt für uns ich kann keine kartenzahlung mit pin eingabe machen und nur die ist sicher wer trägt denn jetzt bitteschön das risiko wenn ich nämlich dann her gehe und sage gut dann kartenzahlung mit unterschrift dann kann der kunde das rein theoretisch 30 tage zurück buchen das ist eine lastschrift und wer trägt dann das risiko das geht ja mit überweisungen geht das ja auch gut die muss ja vorher aber machen ich würde ja das auto dann erst auslieferung liefern wenn ich die überweisung habe das nicht widerruflich haben sie recht das wollen die kunden aber nicht die wollen in der regel kommen die oder die meisten kommen mit bargeld weil sie sind stolz ist eine gefühlssache sie sind stolz sie haben sich das geld erarbeitet wir wollen das zählen anfassen die haptik spielte eine ganz große rolle das gefühl spielt eine ganz große rolle das ist der eine punkt aber der andere punkt ist was mache ich mir denn mit den kunden der vor mir steht das kartengerät zeit an geht nicht die zahlung geht nicht weil das limit überschritten ist gehe ich dann das risiko eingebe ich diesem kunden dann das fahrzeug trotzdem mit und geht das risiko ein dass er vielleicht die anzahlung zurück bucht und das ganze geschäft hinfängt pflichten um frau schneider sie haben doch heute schon geld welcher rechtliche pflichten wenn sie ein bargeschäft abwickeln müssen sie ihr gegenüber darauf prüfen sorgfaltspflichten ob möglicherweise geldwäsche vorliegt und wenn sie zum ergebnis kommen bei der prüfung dass geldwäsche verdacht besteht müssten sie ihren geschäftspartner ihren kunden anzeigen führen sie denn diese prüfung durch und führen sie auch die entsprechenden anzeigen durch und dann ist meine frage bis jetzt kam es nicht zu einer anzeige wir führen sie sich dann wenn sie eine solche anzeige erstatten würden jetzt haben sie gerade auf vertrauensbasis mit einem kunden ein geschäft abgewickelt und gehen anschließend zu den behörden und zeigen diesen kunden an diesen fall hatte ich nicht und das ist ja auch der punkt wir werden ja alle über einen kamm geschoren fakt ist meine kunden die meisten kenne ich persönlich wir haben sehr sehr viele stammkunden die immer wieder kommen die wahrscheinlichkeit dass es zu so einem fall kommt halte ich persönlich für ziemlich gering frau will man muss noch mal also dieses spannungsfeld freiheit und sicherheit mit dem hier argumentiert wird aufmachen unser geschätzter herr anwalt hat eben auf das 19 jahrhundert und dostojewski verwiesen sie sollten als jurist wissen dass das bundesverfassungsgericht zuletzt 1998 also im letzten und nicht im vorletzten jahrhundert in unserer gegenwart geurteilt hat dass das bargeld einem besonderen schutz auch unserer eigentumsordnung unterliegt so und vor dem hintergrund der meister müssen wir jetzt ihre abwägung vornehmen sie haben ja selber gerade gesagt wir haben bestimmungen die geldwäsche verhindern sollen ja ich stelle in frage ob herr draghi unser zentralbankchef und ob die bundesregierung dafür sorgen dass unsere banken und kreditinstitute das auch in hinreichender weise umsetzen also es geht doch nicht darum dass millionen kunden zum beispiel im gebrauchtwagen handel kriminalisiert werden sondern wenn eine suspekte person ein einziges mal vor einem bankschalter mit einem koffer voll bargeld auftaucht da würde ich mir wünschen dass hingeschaut wird was sie machen ist was anderes ähnlich wieder bei der vorratsdatenspeicherung bei der telekommunikation sie sammeln die daten von allen bürgern sie machen 80 millionen deutsche zu potenziellen verdächtigen statt sich um die wirklichen gefährder zu kümmern und das mache ich ihnen zum vorwurf denn auch kriminalistisch ist das nicht überzeugend wenn sie die nadel im heuhaufen nicht finden schon jetzt nicht dann macht es einfach keinen sinn nach noch mehr heu zu fordern sondern müssen sie die bestehenden gesetze besser anwenden und umsetzen ich glaube nicht dass der schwerpunkt der organisierten kriminalität bei summen zwischen fünf oder zehntausend euro liegt ganz sicher nicht sondern der liegt in anderen größen ordnungen wenn da jemand käme und sagt also ich lege jetzt 150 oder 200.000 euro hin um bar zu bezahlen da hätte ich auch meine skepsis würde fragen woher haben sie die es gibt menschen die sind sehr sagen wir mal sorgfältig ist nicht der richtige wort richtige wort sondern die sind haben sorge vor der welt haben sorgen vor währungen und hüten ihr geld nicht auf banken sondern deponieren es daheim das mag unvernünftig sein das mag sinnlos sein das bringt wenig ein so aber trotzdem es ist nicht strafbar so wenn sie dann kommen und bezahlen etwas auch in einer größeren summe sind sie nicht von vornherein suspekt ich bin mit dem was ich an bargeld bei mir habe und womit ich zu tun habe noch nie irgendwo habe ich erfahren dass da große probleme entstehen könnten aber sehr wohl mit meinen karten mit meinen kreditkarten da habe ich probleme gehabt in china in arabien und sogar in deutschland sind ist auf meine daten schon zugegriffen worden dort steckt doch viel mehr an organisierte kriminalitäts möglichkeit als bei den summen über die wir hier diskutieren wir reden über 100 milliarden euro wir haben doch nicht wir haben doch nicht jeden tag ein 5000 euro geschäft und ich lass mal wenn wir den kfz-handel mal rauslassen dann fallen mir jetzt noch juweliere ein da fehlt mir so ein bisschen auch das argument vielleicht über ihnen warum ich beim juwelier unbedingt in bar bezahlen muss oder beim kunsthändler weil meine frau das nicht wissen soll also die argumente sind ja alle nicht gut oder oder schlecht warum muss jemand überhaupt begründen ob er bar zahlen will muss ich doch gar nicht das muss keiner begründen und das ich muss das doch verhindern indem indem ich mir immobilien kaufe wo zig millionen schwarz einfach so bar weggehen über diese geschäfte rede ich wo geld gewaschen wird wo geld aus kriminalität wo menschenverachtende tätigkeiten verlangt wurden wo leute überfallen wurden gemordet prostitution und drogenhandel darüber rede ich ich rede entschuldigung darüber und das sind dieser sumpf muss trockengelegt werden und den aber das geht mit dem bisherigen die möglichkeit lassen das bargeld zumindest zu reduzieren dann haben es diese leute diese kriminellen nämlich deutlich schwerer aber ich will noch mal zurückkommen auf das was frau schneider angedeutet hat gucken wir uns doch uns einfach mal an was es im alltag dann bedeutete für jemanden der vielleicht gar kein terrorist ist und auch kein geldwäscher ist 5000 euro 6500 7200 dann sind wir schon bei über 10.000 euro unter 5000 haben wir gar nichts allenfalls modellfahrzeuge ob barkauf oder bar anzahlung echtes geld spielt im autohandel eine wichtige rolle wenn sie sich vorstellen ein kunde kauft ein auto und ihn finanziert das und alleine die anzahlung wäre höher als 5000 euro gehe ich ein großes risiko ein wenn ich das mit karte bezahlen lasse dann wäre es eine lastschrift und der kunde kann die ja zurück buchen eine gewisse zeit lang und das ist ein großes risiko für uns als händler auch für viele kunden ist ein autokauf eng mit bargeld verbunden ich würde in der tat das auto gerne bar bezahlen wollen ja richtig warum weil das natürlich für uns wir haben ein bisschen was gespart es ist oftmals so dass wenn man bar bezahlt man doch noch mal eine andere verhandlungsposition hat hohe beträge mit der karte zahlen das kann beim autokauf schwierig werden stellen sie sich vor sie kommen hierher möchten ihr auto abholen sekt steht da blumen stehen darf verkäufer freut sich sie freuen sich und dann wollen sie die anzahlung leisten oder vielleicht komplettes auto per karte bezahlen haben mit ihrer bank gesprochen dass das limit erhöht wird für diesen tag und es funktioniert nicht haben wir alles schon erlebt eine zukunft mit obergrenzen oder gar eine ganz ohne bargeld nancy schneider ist sich sicher dann müssten die kunden draufzahlen was bedeutet das für mein geschäft für meine kunden das ist mehr aufwand und natürlich mehr kosten wir haben mehr transaktionen und am ende muss der verbraucher diese mehrkosten tragen herr meister was wir merken im alltag das wird ganz schön kompliziert ist so eine obergrenze vielleicht doch keine gute idee oder mindestens in der höhe keine gute also ich habe ja vorhin gesagt wir wollen eine eu weit einheitliche regelung damit die auch für die verbraucher handelbar ist und damit es auch wirksam ist für das ziel geldwäsche bekämpfung und terrorismus bekämpfung zum zweiten glaube ich gibt es dann sein also unsere idee ist über 5000 euro zu diskutieren die meisten eu länder die eine grenze haben liegen deutlich niedriger das heißt wir gehen mit einem relativ hohen betrag in diese diskussion hinein ich glaube auch dass es alternative zahl wege gibt die durchaus geringere kosten haben aber sie geld verursacht in der transaktion durchaus kosten und diese kosten kann man auch nicht außer acht lassen dann gibt es natürlich das kriminalitätsrisiko gegen ihren kunden also dass er möglicherweise auf dem weg zu ihrem autohaus einer kriminalität zum opfer fällt oder wenn sie ihr bargeld wieder zur bank bringen auch dann besteht ein risiko gegenüber ihnen und jetzt will ich einfach mal sagen wenn uns bekannt wird dass in deutschland luxus limousinen für sechsstellige beträge von menschen die zu diesem zweck mit bargeld nach deutschland einreisen und mit bar zu kaufen in großer zahl gekauft werden dann ist es aus meiner sicht kein absicht dass menschen in irgendeiner form in bargeld verliebt sind sondern drängt sich mir der verdacht auf dass da möglicherweise kriminelle vorgänger im hintergrund der fall sind wo dieses geld dann aus einem kriminellen bereich in den sauberen bereich transferiert werden soll und da kann man nicht einfach zuschauen und sagen das ist uns zu teuer sondern da muss man abwägen gerade beschrieben haben ist das nicht nach geltendem recht bereits zu verhindern brauchen sie dafür neue gesetze oder reichen die bisherigen geldwäsche gesetze nicht bereits aus um diesen kauf von luxuslimousinen zu verhindern nach geltendem recht muss derjenige der den kauf tätigt also der als verkäufer tätig wird wenn der kaufpreis oberhalb 15.000 euro liegt seinen kunden prüfen ob geldwäsche verdacht besteht und ich habe vorhin gerade gesagt frau schneider wenn sie ich habe ja vorhin frau schneider gefragt das haben wir umgesetzt das steht im gesetz genauso unfrei jetzt müsste frau schneider sozusagen ihren kunden nachdem sie das geschäft getätigt hat bei der zuständigen behörde anzeigen müsste ich sagen gegen meinen kunden von dem sie erwartet dass ein paar tage später und ein paar jahre später wiederkommt den zeige ich jetzt bei der behörde an das ist doch nicht aus der realen welt herr lindner doch im gegenteil doch am thema vorbei nein herr meister im gegenteil das ist aus der realen welt aber frau schneider konnte ich den einen satz machen das ist doch ist doch gerade aus der realen welt sie kennen doch ihre kunden deshalb frage ich da einer kommt mit 100.000 euro gut sie verkaufen fort kommt selten vor aber es kommt einer mit 100.000 euro da wissen sie doch das könnte jetzt das schwarze scharf bei der barzahlung sein ich empfehle ihnen herr meister vertrauen sie doch ein klein bisschen mehr den unternehmen und vor allen dingen den bürgerinnen und bürger ich habe sehr großes vertrauen und deshalb machen wir kein verbot gegenüber bargeld und bargeldbesitz sondern deshalb wollen wir lediglich dafür sorgen dass bei den transaktionen die frau schneider aus ihrem gewissenskonflikt heraus sind sie ehrlich das glaube ich das nehme ich ihnen nicht ab der erste punkt sie haben es gerade angesprochen die luxuslimousinen der größte markt für deutsche luxuslimousinen liegt in russland in den arabischen staaten in den usa bei denen ist es usus dass man bar zahlt wollen wir jetzt behaupten dass alle diese menschen die sich dann hier eine luxuslimousine kaufen kriminell sind das wäre eine unterstellung weiß ich ob die ob man die so tragen kann das der erste punkt und ich möchte einfach dass meine kunden die wahl haben dass die die wahl haben ich kann war zahlen ich kann mit karte zahlen wenn sich der trend dahin entwickelt dass man sowieso mehr mit karte zahlt was ja auch so ist dann ist das in ordnung aber sie haben nicht die wahl und das ist für mich einfach eine beschneidung der freiheit der deutschen verbraucher und da kann ich nicht mitgehen und wie sie das schon sagen ich habe nicht die erfahrung gemacht dass meine kunden mit schwarz geld kommen oder dass ich den verdacht darauf habe wir werden ja selber so kontrolliert wir haben jedes jahr eine prüfung im haus in dieser größe wie mein autohaus ist haben wir jedes jahr eine prüfung vom finanzamt im haus da kommt sowas nicht vor also wir haben diesen fall faktisch nicht was die größenordnung anbelangt wenn zum beispiel aus der schweiz jemand nach deutschland kommt werden viele kontrolliert wird gefragt haben sie mehr als 10.000 euro bei sich wenn er mehr als 10.000 euro bei sich hat muss er erklären woher er das hat etwa und das kann möglicherweise von den institutionen vom zoll oder wem auch immer verfolgt werden ich bin auch überzeugt wenn jemand aus russland einfliegt muss auch im flugzeug deklarieren wie viel er geld dabei hat das heißt also wenn er mehr als 10.000 oder ich weiß nicht welche summe im moment gesetzes bei sich hat muss er das ebenfalls deklarieren das heißt er macht sich strafbar wenn er darüber hinaus geht und das nicht deklariert hat und in einem solchen fall ist es wie ich meine durchaus berechtigt dann in der größenordnung zu sagen bitteschön erklären sie mir mal damit ich selber nicht in verdacht komme woher kommt das geld kann ich auf sie mich verlassen wie ist ihr name damit ich das jedenfalls dokumentiere ich glaube dass damit genügend vorkehrungen getroffen sind um auch solche ausnahmefälle entsprechend zu würdigen das problem ist dass die leute ja nicht einfach im flugzeug sitzen und sagen ja ich habe mehr als 10.000 drin sondern die leute packen das in koffer oder wie auch immer ich kann damit damit hat er sich schon natürlich gegen die vorschriften ja aber das ist ihm relativ egal wenn er damit ein anderes schickes geschäft machen kann wir reden hier über 100 milliarden und wir reden über eine schattenwirtschaft die im ranking von 0 bis 82 liegt deutschland auf platz 8 das ist ein ganz schlechter platz da ist jersey noch besser und hawaii ist noch besser und die gründe sind ganz einfach obwohl wir eine rechtsstaatlichkeit haben alles ist super und das soll auch so bleiben ich sage nur mal ich will freiheit es gibt zwei gründe warum das so ist deutschland liegt in der mitte von europa und ist super attraktiv für geldwäsche und kriminalität und der zweite grund das ist der hauptgrund es gibt keine beschränkung des bargeldverkehrs das ist die das ist die begründung warum wir so eine geldwäsche haben kommt auch eine studie zu dem ergebnis die das bundesfinanzministerium in auftrag gegeben hat und da kommen übrigens auch die 100 milliarden euro vor bis zu 100 milliarden euro ergibt diese studie und sagt in dem betrag wird geld in deutschland gewaschen schwarzgeld waschen das geht am besten mit bargeschäften auf bis zu 100 milliarden euro pro jahr schätzt eine studie im auftrag des finanzministeriums das geldwäsche volumen in deutschland insgesamt luxusgüter kaufen und in bar bezahlen schon ist kaum noch nachzuvollziehen wo das vermögen herkommt sagen polizeibehörden wie europol große barzahlungen sind hochgradig anfällig für geldwäsche und terrorfinanzierung vor allem er ist dafür anfällig der 500 euro scheinen denn er ist besonders handlich eine million euro in 500 euro scheinen wiegt etwa 2,4 kilogramm dieselbe summe in 50 euro scheinen wiegt schon 18 in zehn euro scheinen sogar 70 kilogramm maßnahme 1 gegen geldwäsche deshalb die abschaffung des 500 euro scheins das erweckt nun die ezb maßnahme zwei die obergrenze für barzahlungen dadurch viele es geldwäschern schwerer ihr bares schwarzgeld loszuwerden betonen kriminalisten schon seit langem wenn wir hier eine grenze einziehen und sei sie nur bei 10.000 euro dann machen wir es in den tätern schwerer weil sie eine papierspur hinterlassen müssen wenn sie über bankkonten entsprechende kaufvorgänge vornehmen müssen herr weigel das klingt ja schon beeindruckend was europol da sagt was der kriminologe am schluss sagt und auch die studie ist so zustande gekommen dass viele kriminalitätsexperten gefragt worden sind wenn man es zu ende deckt heißt es wenn man geldwäsche wirklich bekämpfen will müsste man bargeld ganz abschaffen ganz konsequent ja das halte ich aber für absolut illusionär denn wir haben viele länder oder wir können auch in unserer vergangenheit sehen dass selbst bei einem 1000 mark schein den es früher gegeben hat doch deswegen nicht in deutschland höhere kriminalität herrschte als in anderen ländern und ich habe auch erhebliche zweifel ob die größenordnung in dieser studie wirklich zutreffen da würde ich schon noch mit mehr kriminalisten und für die sicherheit verantwortlichen reden der bayerische innenminister hat bei einer Debatte vor wenigen tagen im bayerischen landtag sich gegen die abschaffung des bargelds ausgesprochen und gesagt ihm legen keine entsprechenden kenntnisse und erkenntnisse vor die so etwas rechtfertigen würden ich könnte mich durchaus damit einverstanden erklären in einer größenordnung die sozusagen über 100.000 rausgeht bei diesen luxusgütern da eine gewisse grenze einzusetzen das könnte ich mir vorstellen aber bei fünf oder zehntausend sehe ich nicht die große kriminalität die liegt bei anderen summen und die liegt auch der schwerpunkt der kriminalität und derer die das betreiben die beherrschen das andere geschäft ohne auf bargeld angewiesen zu sein wie ich meine so exzellent dass wir damit nur einen teilsektor ansprechen aber nicht die wirklichen probleme der organisierten kriminalität im geldwesen dennoch muss man noch mal sagen die studie ich glaube sie nehmen sie sehr ernst und sie hat sie sehr überzeugt oder ja die studie hat deutlich gemacht wo die probleme liegen oder hat sie sie nur überzeugt weil sie sie selber einen auftrag gegeben nein die studie ist unabhängig gemacht worden wir wollten es war ein auftrag der sich aus der eu geldwäsche richtlinie ergeben hat es war nicht einfach eine freiwillige initiative sondern es ist eine eu richtlinie die uns sozusagen gebeten hat an der stelle zu untersuchen wir haben untersucht und zwar durch unabhängige wissenschaftler und die zum sind zum ergebnis gekommen wie das eben angeklungen ist dass wir ein sehr wirtschaftsstarke standort in der mitte europa sind und dass wir ein land sind was eben bei den transaktionen keine grenzen vorgibt und deshalb sind wir für geldwäsche ein sehr attraktives zielland und dann bei der quantifizierung hat man die einzelnen märkte angeschaut immobilienbereich jachtenkauf luxus immobilien immobilien dann die frage schmuck kunstwerke das heißt es ist wirklich sind die einzelnen branchen durchgegangen worden ist untersucht worden was passiert dort eigentlich und das ist dann im gesamtvolumen in die abschätzung hineingekommen jetzt schlagen wir ja nicht vor das bargeld abzuschaffen ist überhaupt kein vorschlag wir schlagen auch nicht vor bei der stückelung von geldscheinen etwas zu verändern das ist nicht die diskussion der bundesregierung der ezb rat hat gesagt den 500 euro schein den brauchen eigentlich nicht mehr können wir abschaffen wird mit sicherheit mir zustimmen wenn ein vertreter der bundesregierung die unabhängigkeit der notenbank in den geldpolitischen fragen unterstützt also das ist eine sache der notenbank die haben wir nicht zu bewerten aber wir sagen bei den transaktionen sehen wir ein erhebliches risiko weil dafür gesorgt wird dass das was aus kriminalität gewachsen ist wieder in den legalen berichten der wirtschaft geführt wird und genau dort werden massiver beitrag geleistet dass dann die eigentlichen kriminalitätsdelikte ich habe vorhin angesprochen zigarettenschmuckel rauschgifthandel terrorismus stattfinden können und sie müssen doch von einer regierung erwarten dass wenn wir erkennen dass solche delikte stattfinden und wenn wir einen zugang haben die zu unterbinden indem wir die geldströme identifizieren und dann dagegen vorgehen können, dass wir die Möglichkeiten nutzen. Und nicht, wenn Paris passiert ist, Herr Lindner, dann einfach sagen, ach, was sind wir betroffen. Wir bedauern die Opfer und wir bedauern ihre Angehörigen. Wir haben doch als Regierung eine Verantwortung, präventiv dafür zu sorgen, dass die Menschen in Deutschland sicher leben können. Aber vielleicht ist die Höhe die falsche. Aber in Paris haben wir ja... Herr Weigel hat ja gesagt, bei 100.000 Euro, da würde er auch Verdacht schöpfen. Und da hätte er das Gefühl, da ist was Schlimmes im Schilde geführt. Ist vielleicht die 5.000 Euro einfach viel zu niedrig? Also wir haben bisher die 15.000-Euro-Grenze im Gesetz, die heute schon jedem Geschäftsmann aufgegeben ist, wenn eine 15.000-Euro-Baarzahlung oder höher stattfindet, dann seinen Geschäftspartner zu prüfen, Sorgfaltspflichten wahrzunehmen, ob dort möglicherweise Geldwäsche vorliegt. Das haben wir heute schon im Gesetz. Wir haben jetzt gesagt, unser Interesse darin ist, eine einheitliche EU-weite Regelung zu bekommen, sowohl was die Höhe betrifft, wie auch was die Frage betrifft, welche Transaktionen sind denn davon erfasst? Also wir wollen eine gemeinsame Lösung. Und da die meisten Länder niedriger liegen als 5.000 Euro, haben wir gesagt, für uns könnte eine Diskussionsgröße sein, diese 5.000 Euro. Wenn man jetzt mal realistisch schaut, bei 50 Euro in Deutschland wird etwa die Hälfte aller Zahlungen bereits unbar durchgeführt. Die durchschnittliche Menge an Bargeld, die ein Deutscher in seinem Geldbeutel hat, das ist eine Erhebung in der Bundesbank, liegt bei 103 Euro. Das heißt, wenn man da über 5.000 Euro spricht, dann sind wir bereits in einem Bereich, der weit über den Klingelbeutel in der Kirche oder über das normale Tagesgeschäft hinausgeht. Deshalb glauben wir, dass wir an der Stelle eine realistische Größenordnung haben für die Diskussion, wo kann man denn Geldwäsche-Gefahren bekämpfen und Terrorismus-Gefahren? Und wo kann man das normale Geschäft im Bargeldbereich, wo wir die Menschen gar nicht beeinträchtigen wollen, einigermaßen voneinander tun? Aber wie wollen Sie da... Wirklich zu Ende erzählt, wenn man das Bargeld vollständig abschafft hat. Wollen Sie da mit Dänemark zu einer Einigung kommen, die bei Null sind? Also, oder Italien, die bei 3.000 sind, vorher bei 1.000 gewesen sind. Das heißt, das geht doch noch wesentlich weiter runter. Und dann sind wir schon in einer Grenzzone, wo in der Tat man sich fragt, ja, ist jeder, der Bargeld, sagen wir mal, in der Größenordnung von ein paar Tausend Euro mal benutzt, um etwas zu kaufen oder etwas zu verschenken, ist der dann sofort in der Gefahr, sich rechtfertigen zu müssen. Ja, und es kommt noch etwas weiteres dazu. Die Antwort ist relativ einfach. Heute müssen diese Länder, die schon eine Grenze haben, zur Kenntnis nehmen, dass Kriminelle aus ihrem Land in Deutschland Geld waschen. Kommt zu uns. Wenn wir es schaffen würden, eine gemeinsame europäische Lösung zu finden, dann wären diese Schlupflöcher zu. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass auch andere Länder, auch wenn die Zahl etwas höher liegt, als die, die sie heute national haben, ein Interesse haben an einer gemeinsamen europäischen Lösung. Also, Sie haben doch jetzt mehrere interessante Dinge gesagt, Herr Meister. Sie haben zunächst einmal ausgeführt, was vielleicht nicht allen Zuschauerinnen und Zuschauern bekannt war, dass nach dem Geldwäschegesetz bereits jetzt eine Grenze bei 15.000 Euro liegt, bei der muss geprüft werden, wo kommt das Geld her, ist mein Geschäftspartner seriös, ist das Geld nachvollziehbar in dessen Händen. Das haben Sie gesagt, das ist geltende Rechtslage. Und jetzt haben Sie zum Zweiten eine Studie in Auftrag gegeben, die wird zwar von Fachleuten bezweifelt, Herr Weigl hat darauf hingewiesen, dass selbst die bayerische Staatsregierung und das Finanzministerium dort, ist ja ihre Parteienfamilie sogar, dass die diese Zahlen in Frage stellen. Aber nehmen wir nur mal an, die Studie würde stimmen, dass Deutschland ein Eldorado für die Geldwäscher wäre. Dann ziehe ich daraus eine ganz andere Konsequenz als Sie. Wir haben geltende rechtliche Bestimmungen, ab 15.000 Euro muss geprüft werden und wir haben gleichzeitig offensichtlich ein Problem beim Volumen der Geldwäsche. Da sagen Sie jetzt den Leuten, ja, wir brauchen neue Gesetze. Meine Schlussfolgerung ist eine andere. Die Regierung muss die geltenden Gesetze einmal anwenden und durchsetzen und nicht immer wieder zu neuen, verschärften Gesetzen kommen. Was heißt denn das, was Sie sagen, Herr Lindner? Das heißt, Sie zwingen jetzt die Frau Schneider, Ihre Kunden anzuzeigen. Das haben Sie gerade gefordert. Das ist doch unrealistisch. Die Frau Schneider will doch Ihre Kunden nicht anzunehmen. Herr Meister, aber Frau Schneider hat doch eben gesagt, sie möchte gar nicht von Ihnen geschützt werden, weil sie nämlich Ihre Kunden kennt, weil sie als Geschäftsfrau über viele Jahre möglicherweise auch eine Menschenkenntnis entwickelt hat und weiß, wen sehe ich öfter und wer kommt zum ersten Mal durch die Tür. So, und bei dieser Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit wollen wir doch eins auch mal dann in der praktischen Konsequenz vor Augen führen. Das wird dann eine schiefe Ebene geben. Wie gesagt, Ihr Koalitionspartner SPD ist ja schon in ganz niedrigeren Größenordnungen unterwegs, europäische Partner auch. Sie sprechen den nordrhein-westfälischen Finanzminister. So ist es. So ist es. Am Ende haben wir gar kein Bargeld mehr. Und das wünschen sich, das wünschen sich Herr Draghi, das wünscht sich offensichtlich auch mancher Regierungsvertreter und das wünschen sich die Banken. Und da muss man doch fragen, warum gibt es eine solche Allianz von Regierung, von Banken und von Zentralbanken? Ich sage Ihnen warum. Zum einen, weil dann die Kundinnen und Kunden schutzlos dem Gebührenwucher der Banken ausgeliefert sind, weil sie keine Chance haben, auf Bargeld auszuweichen. Und zum Zweiten, und zum Zweiten, kann man doch... Sie sind schon in der FDP, ne? Ja, aber sicher bin ich in der FDP. Sie sind jetzt nicht in der Linksversteigung. Das ist eine Freie-Partei gewesen. Ja, genau. Wir sind eine Partei der Freiheit und nicht der Banken. Das ist ein großer Unterschied. Ja, ich auch nicht. Ja, und jetzt komme ich auf mein zweites Argument mit Herrn Draghi. Wir haben ja jetzt schon Negativzinsen für die Institute. Das wird doch auch ausgeweitet werden. Wenn niemand mehr fliehen kann, unter das Kopfkissen mit seinem Geld, sondern man das alles auf dem Girokonto hat, ist doch ein leichtes... Aber das fordert doch niemand, Herr Lindner. Das fordern doch nur Sie. Aber das kommt, das kommt aber doch ganz schnell. Ich habe gesagt, wir wollen die Geldscheine nicht verändern, wir wollen den Besitz nicht verändern. Lieber Herr Meister, wir haben doch jetzt auch nun viel Erfahrung mit CDU... Das ist doch ein virtueller Gegner, den Sie aufbauen und gleichzeitig bedenken. Wir haben doch, Herr Meister, viel Erfahrung mit CDU-Finanzpolitik. Die CDU hat gesagt, keine Steuererhöhungen. Jetzt wird der Soli verlängert. Das wollen wir jetzt auch, Herr Lindnern. Und Herr Schäuble, und Herr Schäuble, doch, wenn er mich anspragt, will ich auch antworten. Ich will lieber Ihren Punkt aufnehmen, den Sie hatten, bei dem man sich fragt, was ist das denn überhaupt? Jetzt bin ich ja froh, dass Sie die CSU-Finanzminister ausgenommen haben. Ich habe ja ausgenommen. Alle durcheinander hier. Ich ordne jetzt kurz und nehme Ihr Wort auf, bei dem vielleicht manch einer zu Hause gedacht hat, was hat er gesagt, wie war das denn nochmal? Negativzins, wie hängt das jetzt damit zusammen? Und das stellt in der Tat, was Sie, damit tingeln Sie im Moment über die Dörfer, weil sich das, glaube ich, auch im FDP-Wahlkampf verastreinmacht, indem Sie sagen, Sie sind ja nicht im Wahlkampf. Ja, ich bewerbe mich um Zustimmung. Bekenne ich mich zu. Genau. Und da sagen Sie, dass eine Barzahlungsgrenze in Wahrheit der Anfang vom Ende des Bargelds ist. Das ist jetzt die Voraussetzung, kurz mitgedacht, meine Damen und Herren, wieso man auf den Negativzins kommen könnte. Aber... Lange Zeit waren es Sparer gewohnt, dass sie dafür belohnt werden, wenn sie ihr Geld zur Bank bringen. Doch für den deutschen Kleinsparer gibt es derzeit nur noch magere Minizinsen. Und Experten wie der Ökonom Hans-Werner Sinn fürchten, wenn das Bargeld abgeschafft werden sollte, könnte es für den Bankkunden noch schlimmer kommen. Anstatt eines Minizinses drohen sogenannte Straf- oder Negativzinsen. D.h., die Bank erhebt eine Gebühr auf das eingelagerte Geld. Wenn nun kein Bargeld mehr existieren sollte, hätte der Bankkunde nur noch die Wahl, die Gebühr zu zahlen oder sein Guthaben auszugeben. So, Herr Fissen-Ebert, wäre man nicht vollständig ausgeliefert, wenn man das dann nicht mehr abheben kann? Also vielleicht mal zunächst zum Negativzins, der ja auch eine Rolle spielte eben in der Diskussion. Ja, der war ja hier angesprochen. Und dann sagt man, hui, dann bin ich dem ausgeliefert, ich kann nicht mehr abheben, denn es gibt kein Bargeld mehr. Ich bin völlig bei Ihnen. Also Negativzins, das geht gar nicht. Und wir haben eben schon viel über Verfassung und Rechtswidrigkeit und Verfassungsmäßigkeit gesprochen. Das halte ich z.B. für völligen rechtlichen Unsinn. Und das wird sich auch nicht durchsetzen. Darüber hinaus haben wir, wir haben ja Gott sei Dank noch Sparkassen, über die wir früher gelächelt haben, die übrigens viel davon gelebt haben, als wir von den Lohntüten weggingen. Diese Sparkassen sind Institute der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und der Staat, der darf von seinen Sparern im Leben keine Negativzinsen nehmen. Das macht die EZB. Also erstens, das macht nicht der Staat, sondern in der Tat kann natürlich eine Notenbank auch mal vorübergehend, wenn bestimmte Situationen herrschen, also angenommen, die Inflation ist bei Null oder vielleicht sogar noch drunter, kann sie auch mit Negativzinsen arbeiten. Dass das keine gute Entwicklung auf Dauer ist. Ich glaube, darüber sind wir uns alle im Klaren. Und ich hoffe auch, dass nach dem ersten Zinsschritt in den Vereinigten Staaten von Amerika irgendwann auch die EZB wieder zu einer Politik kommt, wo sie Zinsen wieder erhöhen kann. Nur, wir haben natürlich negative Realzinsen seit 1949 oft gehabt, etwa in langen Zeiten. Nur haben die Menschen, wenn also die Bruttolohnentwicklung sagen wir mal 4, 5% war und die Inflation war 6, 7%, das weniger gemerkt oder weniger drauf geschaut. Also solche Negativzinsen oder negative Realzinsen hat es auch in der Vergangenheit gegeben, ohne dass dies verfassungswidrig gewesen wäre. Herr Weigel, weil Sie eben auch den ehemaligen Verfassungsrichter Herrn Papier angesprochen haben, der hat ja auch gesagt, er hat große Bedenken dabei, wenn man eine Bargeld-Obergrenze einführt, weil er die Vertragsfreiheit, auch vielleicht die Privatsphäre gefährdet, so fasse ich es jetzt mal grob zusammen als Nicht-Juristin. Sehen Sie denn die gleiche Gefahr, dass Herr Lindner sagt, guck mal, wenn wir Bargeld-Obergrenzen einführen, wenn wir es erschweren zu bezahlen, wenn wir immer die Kreditinstitute dazwischen haben, betreibt dann die Politik irgendwann die Politik der Banken? Ja, es kann natürlich durchaus sein, wenn wir das hätten, dass es gar kein Bargeld mehr gäbe, dass dann das Ausweichen auf die Banken dazu führt, dass der Sparer noch weniger bekommt, jedenfalls vorübergehend, als bisher. Ich halte das nicht für richtig und nicht für gut, darum kämpfe ich auch dafür, dass Bargeld grundsätzlich erhalten bleibt. Ich bin nicht, Herr Meister, gegen jedwede Grenze, um das auch mal klar zu sagen. Bei 100.000 Euro würden Sie sagen, mache ich nicht. Das würde ich davon abhängig machen, nicht von dem, worauf wir uns heute in der Runde einigen, sondern was mir gesagt werden kann aus verlässlichen und belastbaren Quellen und Gutachten. Das würde ich mir durchaus genau anschauen. Aber die Größenordnung, über die wir im Moment diskutieren, etwa in der Größenordnung von 5.000, die halte ich nicht für realistisch. Und ich kann der Politik nur raten, gegen den Willen der großen Mehrheit der Bevölkerung, so etwas nicht in Angriff zu nehmen. Ich glaube nicht, dass dies ratsam ist. Der Gutachter hat uns ja, Herr Meichel, dazu eine Empfehlung gegeben. Der Gutachter hat gesagt, wir sollen eine Bargeld-Obergrenze für Transaktionen zwischen Gewerblichen einführen, die irgendwo zwischen 2.000 und 5.000 Euro anzusiedeln ist. Jetzt sind wir nach Europa gegangen und haben die obere Grenze unseres Gutachters genommen, als Diskussionsvorschlag. Das heißt, wir haben das ja genau in dem Sinne, wie Sie sehen, schon gemacht, dass wir gesagt haben, wir greifen das möglichst hoch. Ich will aber zum Punkt Niedrigzins noch etwas sagen. Aber vielleicht wäre es auch gut, noch mal ein Gutachten für so eine wichtige Frage einzuholen. Normalerweise bei so wichtigen Fragen, die das Volk so interessiert, haben wir mindestens 2, manchmal sogar 3 Gutachten eingehoben. Und beeindruckt Sie das, Herr Meister, was dann aufgebrochen ist an offensichtlich großer Liebe oder aber auch einer rationalen Beziehung zum Bargeld, die ja auch ihren Chef dazu gebracht hat, dass er einiges richtigstellen wollte und sagt, Leute, es geht gar nicht darum, dass man nicht Bares besitzen darf, sondern es geht mir nur um die Obergrenze. Sie merken eine riesige Antistimmung, aus der Sie was machen können. Es gab 3 sehr unterschiedliche Äußerungen, die vollkommen unabgesprochen waren, unabgestimmt waren, die aber zeitlich in einem gewissen Zusammenhang stehen. Da war zunächst mal der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, der mit Blick auf Kosten seines Instituts gesagt hat, er will den Bargeldverkehr zurückführen. Dann gab es die Aktivitäten, die Sie vorhin gezeigt haben bei den Geldscheinen in Ihrem Film, in Ihrem Einspieler, EZB, die die Diskussion führen, welche Geldscheine werden wir in Zukunft haben, wie gehen wir mit dem 500-Euro-Schein um. Und dann gab es unsere Initiative, die mit diesen beiden Diskussionen überhaupt nichts zu tun hat, über die Frage, wie bekämpfen wir Terrorismusfinanzierung und Geldwäschefinanzierung. Und ich glaube, Frau Will, aus diesen 3 vollkommen unterschiedlichen Quellen hat sich eine Debatte entwickelt, auch von der Herr Lindner versucht, parteipolitisch ein bisschen zu profitieren. Aber ich bin jemand, der in der Verantwortung steht und nicht nur Politiker ist, sondern ich habe ein Amt und muss der Verantwortung dieses Amtes gerecht werden. Und das ist das, was wir versuchen. Deshalb haben wir auch nicht gesagt, die Zahl ist in Stein gemeißelt, sondern wir haben gesagt, wir gehen nach Europa und versuchen, eine kluge, gemeinsame Lösung zu finden. Und Herr Kollege Weigl, es ist jetzt so, dass die Kommission jetzt einen Auftrag hat, von den Finanzministern mal zu prüfen, was wäre denn in Europa eine kluge Grenze. Und ich gehe davon aus, dass die Kommission sich auch Rat holen wird. Und dann werden wir zeitnah auf dieser Basis die Frage diskutieren und hoffentlich auch zu einer Entscheidung kommen. Frau Schneider, unterstellen Sie auch, dass es in Wahrheit irgendwann um die Abschaffung des Bargelds geht? Ja, kein Mensch glaubt wirklich, dass es bei den 5000 Euro Obergrenze bleibt. Und die Erfahrung hat gezeigt, und Sie haben es auch gesagt, es geht um einen Angleich in der EU. Also wenn wir angleichen wollen, sind wir ja jetzt schon in vielen Ländern bei 1000 Euro. Und meiner Meinung nach ist es ein Schritt in Richtung Bargeldabschaffung. Und das ist ganz klar, es geht hier darum, die Menschen, die Bürger zu kontrollieren, die Ströme zu kontrollieren, den gläsernen Menschen zu schaffen. Und dagegen müssen wir uns ganz entschieden stellen. Denn wenn schon die Mehrheit der Bevölkerung sagt, wir wollen das nicht, wir wollen selbst die 5000 Obergrenze nicht, dann können wir nicht hergehen und sagen, okay, jetzt haben wir 5000 und in einem Jahr haben wir dann nur noch 2000. Und dann wird es immer weniger werden, die Obergrenze. Und das funktioniert nicht. Dann frage ich mich, wo ist da der Datenschutz? Ich kann meinen Kunden noch nicht einmal anrufen, wenn er nicht eine Datenschutzerklärung unterzeichnet hat, wo er angekreuzt hat, ja, sie dürfen mich anrufen. Dann darf ich den noch nicht mal anrufen und sagen, ihr Auto ist da. Oder ihr Auto ist fertig repariert. Das darf ich nicht. Aber die Banken und der Staat, der darf dann sehen, welche Transaktionen ich überall tätige. Und wenn ich irgendwo auf einer Raststätte was esse, muss ich ja dann perspektivisch mit Karte zahlen. Dann bin ich absolut gläsern. Jeder weiß, wann ich wo war und wann ich was gekauft habe. Sie leben doch in einem Rechtsstaat. Jetzt ist zwar, wenn Sie unbar agieren, das Ganze nachvollziehbar. Aber da Sie in einem Rechtsstaat leben, kann nicht einfach der Staat hingehen und nachschauen, welche Transaktionen gelaufen sind. Sondern es muss einen Grund geben, es braucht eine gerichtliche Anordnung, sonst kommen Sie an die Daten überhaupt nicht dran. Und das ist genau wie ein Rechtsstaat bei uns funktioniert. Das halte ich auch für kurz. Eine riesige Zahl an Kontoabfragen, auffallend hoch. In 2015 waren es mehr als 300.000 Kontoabfragen von Banken. Ehrlich gesagt, da werde ich ja auch misstrauisch. Ja, wir hatten ja in der Vergangenheit auch relativ hohe Hinterziehungstatbestände bei der Kapitalertragssteuer. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn Steuerpflichten bestehen, dann sind die zu erfüllen. Und wenn wir sehen, dass es viele Menschen gab, da gibt es ja auch durchaus bekannte Menschen, die vergessen haben, ihre Kapitalertragssteuer zu bezahlen, dann ist es, glaube ich, auch Aufgabe der zuständigen Behörden, die gegen diese Steuerhinterziehung vorzugehen. Vollkommen richtig. Vielleicht sind wir sogar selber dabei, das Bargeld abzuschaffen. Gucken wir mal nach Schweden. Die haben ihren bargeldlosen Verkehr schon so weit vorangetrieben, dass man da wahrscheinlich bald kein Bargeld mehr braucht. Cash auf die Hand, so mögen es die Deutschen. Vier von fünf Transaktionen werden in Bar getätigt. In Schweden ist das anders. Zum Beispiel hier in Stockholm. Alltag an der Supermarktkasse. Erst selbst einscannen, dann elektronisch bezahlen. Und auch U-Bahn-Tickets gibt es nur mit Karte. Im Moment habe ich überhaupt gar kein Bargeld bei mir. Ich gehe ganz ohne in die Stadt. Denn ich habe ja meine Kreditkarten. Oder eben das Handy. Dafür haben schwedische Banken die App Swish entwickelt. Das Handy wird mit dem Bankkonto gekoppelt. Und schon lassen sich Geldbeträge bequem überweisen. Von Handy zu Handy, nur mit der Telefonnummer. Bereits jeder zweite Schwede über 16 Jahre ist registriert. Experten glauben, Schweden ist auf dem Weg zur ersten bargeldlosen Gesellschaft der Welt. Herr Fissen-Ewert, schaffen wir das selber ab, das Bargeld? Über kurz oder lang, glaube ich, ja. Weil, also die Schweden machen es vor. Die Gründe hierfür sind unterschiedlich. Ich sage noch mal, ich habe Angst vor Terror. Deshalb ist es so. Aber wir diskutieren... Und hier ist es eher bequem. Nein, 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 wir diskutieren hier auch mehrheitlich. Ich weiß gar nicht, wie ich das höflich genug ausdrücken soll. Eine Generation jünger wäre da völlig anders in der Diskussion. Wir haben heute Zahlungsmöglichkeiten. Sie haben es ja auch gesagt, der Weg zum mobilen Bezahlen ist langsam, aber geht stetig voran. Und das ist hier in Deutschland ein bisschen langsamer als in den skandinavischen Ländern, weil wir auch eine andere Transparenzkultur haben. Wenn man sich aber anguckt, was wir an Transparenz in den letzten zehn Jahren schon durchgemacht haben, was vor zehn Jahren völlig undenkbar war, wo wir jetzt schon sind. Und welche technischen Möglichkeiten, Entwicklungen wir gehabt haben in den letzten zehn Jahren, dafür haben wir früher 50 oder 100 Jahre gebraucht. Das heißt, die nächsten zehn Jahre werden uns in eine technische Möglichkeit und auch in eine technische, hoffentlich Sicherheit, das muss natürlich noch kommen, in eine technische Sicherheit bringen, die uns das bargeldlose Zahlen sicher bestmöglich ermöglichen. Und dann kommt das. Wie begeistert sind Sie dabei, Herr Weigel? Sie spielen auf mein Alter an. Das glaube ich nicht. Also durchaus zu Recht. Nein, durchaus zu Recht. Ich habe Sie ja bewusst missverstanden. Also ich kann mit Karten durchaus umgehen und bin auch auf dem Bahnhof in der Lage, also mein Ticket da rauszuholen. Trotzdem ganz komme ich mit meinen Enkeln und Kindern und mit meiner Frau nicht mehr mit. Das gebe ich gerne zu. Aber warum soll man nicht auch in einer solchen Zeit, wo die ältere Generation eine immer größere Rolle spielt, auch auf die ältere Generation Rücksicht nehmen? Auch das, glaube ich, gehört zum Zusammenhalt, zur Freundschaft zwischen den Generationen. Aber Herr Weigel, das ist doch nicht nur eine Generationenfrage. Und insofern glaube ich schon, lassen Sie der älteren Generation auch die Freude am Bargeld. Und jedes Land, jedes Land soll nach seiner Fassung selig werden. Wenn die Schweden oder die Dänen das machen, sollen sie es tun, die Amerikaner auch. Wir müssen uns nicht jeder Mentalitätsveränderung der Vereinigten Staaten von Amerika anschließen. Wir können auch unsere Mentalität jedenfalls eine Zeit lang noch erhalten. Herr Weigel, das ist... Applaus Weigel, ich finde richtig, was Sie sagen. Aber ich glaube nicht, dass es allein eine Generationenfrage zwischen Jung und Alt ist. Also, wenn Sie von Ihrem Zahlungsverhalten sprechen, darf ich von meinem sprechen. Soweit es geht, zahle ich elektronisch, nicht nur mit Karte, sondern auch mit den Bezahlmöglichkeiten, die es online gibt. Das mache ich gern und das ist bequem. Aber ich will selbst entscheiden können, wann ich es mache und wann nicht. Für mich wäre es keine schöne Vorstellung, dass ich, wenn ich auf dem Flohmarkt irgendwas kaufe, dass dann das Gegenüber, weil ich bargeldlos übers Handy zahlen muss, meine Telefonnummer, meinen Namen, alles von mir hat. Das will ich selber... Also auf dem Flohmarkt stört es Sie überall, sonst ist es Ihnen egal? Ich will es selber entscheiden können. Entschuldigung, ich will es... Und den kann man nicht bestechten, nicht mit Bargeld, nicht mit einer Karte. Nicht mit Überweisung. Ja, auch nicht mit einer Überweisung, sondern nur mit der Frage, kann man ihn bezirzen, glaube ich, Thomas. Was habt ihr heute vor? Ja, Anne, genau so kann man das tun. In der vergangenen Nacht ist ein Thema, wurde im sächsischen Bautzen eine geplante Asylunterkunft in Brand gesteckt. Aber fast noch beunruhigender dabei ist, mehrere Gaffer standen dabei und klatschten offenbar sogar noch Beifall. Das ist ein Tagesthema. Naja, und in der Fußball-Bundesliga stellte der Schiedsrichter heute in einem Spiel alle Spieler vom Platz. Hatten wir auch noch nicht. Gleich. Das also jetzt in den Tagesthemen, das war unsere Diskussion über die Bargeld-Obergrenze und über die vermutete Abschaffung des Bargelds auch noch. Noch ist das nicht entschieden, aber wir haben es schon mal diskutiert. Meine Damen und Herren, danke, dass Sie da waren. Nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.